so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die feuerringe von mooc nico hier im schönen tütchen hatte ich schon mal getestet jetzt aber auch die im tütchen natürlich mit grauer lunde wunderschön gott sei dank habe ich noch eine sonst würde ich die gar nicht aufmachen hier das back cover mit dem wunderschönen moocan hier oben wie er da chillt und ja leute weiter gibt es nichts zu sagen ich würde sagen jetzt gehen wir raus und testen diese feuerringe bis gleich so leute jetzt haben wir hier die feuerringe von mooc nico samira pyro wird das natürlich schön extravagant aufreißen das reicht auch schon echt wunderschöne alte feuerringe guckt euch mal die lunze an leute so fangen wir mal an die sprühen ja wahnsinnig also die silberfunken und den lassen wir mal liegen wow der abgehoben richtig abgehoben in die kommentare machen wir noch einen letzten also so geil waren die bei mir auch noch nie komm ich mach noch einen die sind richtig geil die sind so geil also das sind wirklich richtig geile feuerringe kauft euch die wenn ihr da rankommt vor allem die tütchen die sind immer schön und dann bis zum nächsten video bis zum nächsten mal schnack Bis zum nächsten Mal.